So, also, wir fangen an. Hermann? Kannst du schnell in die Kamera schauen? Ah, ich schieße mir scheisse aus auf der Kamera. Nein, das stimmt doch gar nicht. Du siehst super aus auf der Kamera. Wieso müssen wir das wieder machen? Ja, um Leute zu inspirieren. Du? Du hast Leute zu inspirieren? Inspirieren? Ich? Wie denn? Ja, durch deine Art. Also komm du jetzt in die Kamera schauen. Aha. Ja, dann. Super. So, jetzt noch ein bisschen lieber rutschen. Genau. Und bitte.